Weg aus der Großstadt, weg vom Lärm, weg von teuren Mieten, rein in die Natur. Laut einer neuen Studie ziehen deutlich mehr Menschen von der Stadt aufs Land als noch vor zehn Jahren. Der Traum von Bullerbü für die Städter. Die Einheimischen sind aber nicht immer so begeistert von den neuen Zugezogenen, denn viele würden nur an den Wochenenden kommen und sich nicht in die Dorfgemeinschaft integrieren. Aber es kann auch anders laufen, wie hier zum Beispiel in Brandenburg. Vor zwei Jahren zog Familie Poblotzki von Berlin in den 500-Seelen-Ort Gräben in Brandenburg, rund eine Autostunde westlich von Berlin. Ein kompletter Neuanfang für die Familie, die sich im Dorf gut angekommen fühlt. Wir hätten es schwieriger eingeschätzt. Also es war so, dass wir hier ankamen und die Dorfbewohner einfach auf uns zukamen und sagten, hey, das erste war gegenüber, ich grille, wollte da nicht mit vorbeikommen. Immer mehr Städter mischen sich unter die Landbevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung. Während 2008 bis 2010 nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der ländlichen Regionen Bewohner durch Umzüge hinzugewannen, die Studie nennt sie Wanderungsgewinner, sind es zehn Jahre später deutlich mehr, nämlich rund zwei Drittel. Das hat uns sehr überrascht, dass die neue Landlust, wie wir das genannt haben, nicht nur auf die Speckgürtel sich bezieht, sondern dass eben auch Menschen bereit sind, längere Pendeldistanzen in Kauf zu nehmen. Das heißt, auch entlegene Orte an der Peripherie profitieren eben von dieser neuen Landlust. Und laut Studie gelingt das Ankommen besonders gut, wenn sich die Zugezogenen gut im Dorf einbringen und von der Gemeinde integriert werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Frederik Sixtus vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben es gerade gehört. Erst war eher die Landflucht ein Thema und auch ein Problem. Was ist es, was jetzt mehr Menschen aufs Land und ins Dorf zieht? Ja, vielen Dank. Wir haben es ja eben in dem Beitrag schon gesehen. Heute ziehen deutlich mehr Menschen aufs Land, als es noch vor einem Jahrzehnt der Fall war. Und es sind verschiedene Faktoren natürlich, die die Menschen aufs Land ziehen. Es ist zum einen eine Flucht aus der Stadt. Die Städte sind in den vergangenen Jahren immer voller und dort zu wohnen ist teurer geworden. Das heißt, gerade junge Familien, die sich dann den Traum vom Eigenheim erfüllen möchten, die vielleicht möchten, dass ihre Kinder auf dem Land aufwachsen oder die sich einfach vergrößern müssen, schauen sich auch jenseits der Stadtgrenzen nach erschwinglicherem, größerem Wohnraum gerne auch mit Garten um. Es ist aber auch eine neue Sehnsucht nach dem Land. Die Möglichkeiten sind deutlich besser geworden. Die Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten etwa sind in den vergangenen Jahren deutlich stärker geworden. Und so zieht es auch viele junge Berufseinsteigerinnen neuerdings in den ländlichen Raum. Das heißt also, die Corona-Pandemie, durch die ja mehr Homeoffice möglich geworden ist, war da praktisch auch so ein Treiber? Ja, genau. Diese Entwicklung, die wir als neue Landlust bezeichnen, die sehen wir schon deutlich länger. Sie begann schon vor einigen Jahren, hat 2017 etwa an Fahrt aufgenommen. Und diese Entwicklung, die vorher schon bestand, die wurde durch die Corona-Pandemie dann noch verstärkt. Jetzt haben wir im Film ein Beispiel gesehen, in dem das sehr gut funktioniert hat. Aber wie finden das die Dorfbewohner, wenn da jetzt die Städter kommen und vielleicht den Dörflern auch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag machen, den die aber gar nicht hören wollen? Wir haben für unsere Studie sechs kleine Gemeinden, die in den vergangenen Jahren viel Zuzug erfahren haben, in ganz Deutschland besucht. Ja, und sind auf verschiedene Konstellationen da gestoßen. Dieser Zuzug ist zunächst eine große Chance für die kleinen Gemeinden. Denn die neuen NachbarInnen nutzen die Infrastruktur mit. Möglicherweise kann die Schule erhalten bleiben, wenn wieder mehr Kinder vor Ort sind. Der Bus und der Laden rentieren sich vielleicht wieder, wenn mehr Menschen da mitfahren. Es ist aber natürlich auch eine Herausforderung, das Zusammenleben zu gestalten. Eine funktionierende Dorfgemeinschaft, eine lebendige Dorfgemeinschaft ist kein Selbstläufer. Da bedarf es Offenheit von beiden Seiten. Das funktioniert oft gut. Und es gibt verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Zum Beispiel ein reges Vereinsleben oder auch Begegnungsorte, an denen sich neue und alte BewohnerInnen treffen können, sich kennenlernen können und dann gemeinsam auch neue Entwicklungen anstoßen können. Heißt, wer aufs Land zieht, meldet sich am besten direkt schon mal bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Schützenverein an? Das ist tatsächlich eine gute Strategie, um einen Fuß in die Dorfgemeinschaft zu bekommen. So wurde uns das häufig erzählt. Es hilft, wenn die Vereine offen sind für neue Bewohner, wenn sie auch aktiv auf diese zugehen. Aber wie ist das, wenn der Laden im Dorf vielleicht doch nicht immer geöffnet hat und die nächste Apotheke oder der Arzt ein paar Orte entfernt sind, genauso wie das Kino oder Theater? Wie kommen die Zugezogenen damit klar? Nicht immer werden alle Wünsche und Hoffnungen erfüllt, das ist klar. Und es treffen auch unterschiedliche Vorstellungen vom Leben auf dem Land aufeinander durchaus. Was wir auch ganz aufhörfig erfahren haben, ist, dass das Leben auf dem Land für Leute, die bisher nur in der Stadt gelebt haben, auch erst erlernt werden muss. Etwa, dass man sich grüßt, auch wenn man sich nicht kennt, dass man sich ganz selbstverständlich gegenseitig hilft. Und da ist uns aber auch viel Wohlwollen von Seiten der alteingesessenen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, haben wir viel gehört, die dann eben meinten, da muss man den neuen NachbarInnen eben auch die Zeit geben, sich einzufinden. Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Städter dann auch tatsächlich in den Dörfern bleiben und nicht irgendwann doch wieder in die Stadt ziehen? Da muss man sagen, wir haben jetzt natürlich mit den Menschen gesprochen, die da geblieben sind, die sich dort ein Leben aufgebaut haben. Mit Menschen, die sich dafür entschieden haben, wieder zurückzuziehen, die haben wir natürlich nicht angetroffen. Aber unser Eindruck war, wenn es ein reges Zusammenleben gibt, dann funktioniert das auch ganz gut. Und es braucht dafür aber, ja, über diese sozialen Faktoren wie Vereine oder Orte, braucht es aber auch aus dem Rathaus Initiativen. Also zum Beispiel eine Stadtentwicklung, eine Ortsentwicklung, die danach strebt, die Menschen zusammenzubringen. Also vor allem auf Innenentwicklung statt auf Außenentwicklung setzt. Also Baulücken im Ortskern zu schließen, dort Häuser wieder zu sanieren, den Ortskern wieder zu beleben, statt immer neue Einfamilienhaus-Siedlungen auf der grünen Wiese auszuschreiben. Vielen Dank, Frederik Sixtus vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank.